Herz-Sutra, deutsche Übersetzung Maha-Prahina-Paramita-Hadaya-Sutra Bodhisattva Avalokitesvara erkennt in der Übung der Praina-Paramita, dass alle fünf Skantes leer sind und überwindet so alles Leiden. Shariputra Form ist nicht verschieden von Leerheit, Leerheit ist nicht verschieden von Form. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Das gleiche gilt für Empfindung, Wahrnehmung, Wollen und Bewusstsein. Shariputra Alle Dharmas sind ausgezeichnet durch Leerheit. Sie entstehen nicht und sie vergehen nicht, sind weder vollkommen noch unvollkommen, nehmen weder zu noch ab. Daher gibt es in der Leerheit keine Form, keine Empfindung, keine Wahrnehmung, kein Wollen, kein Bewusstsein. Weder Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper noch Denken. Keine Farben, Geräusche, Gerüche, keinen Geschmack, keine Berührung und kein Objekt des Denkens. Weder einen Bereich der Sinne noch einen Bereich des Denkens. Weder Unwissenheit. Noch ein Ende von Unwissenheit. Weder Alter und Tod. Noch ein Ende von Alter und Tod. Kein Leiden, keinen Anfang, kein Ende, keinen Weg, kein Erkennen und auch kein Erreichen. Weil es nichts zu erreichen gibt. Ein Bodhisattva verwirklicht Prayena Paramita und der Geist ist kein Hindernis. Ohne Hindernis gibt es keine Furcht. Frei von allen Verblendungen verweilt ein Bodhisattva in Nirvana. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verwirklichen Prayena Paramita und erwachen zu Anuttara Samyaksambodhi. Wisse daher, dass Prayena Paramita das große transzendente Mantra ist, das große strahlende Mantra, das unübertroffene Mantra. Das unvergleichliche Mantra, welches alles Leiden beendet. Das ist wahr und ohne Falschheit. Verkünde das Prayena Paramita Mantra, verkünde das Mantra, das lautet. Garte Garte Paragate Parasamgathe Bodhi Swaha Garte Garte Paragate Parasamgathe Bodhi SWAHA Swaha